Kein Bürgergeld ab 2023. CDU blockiert Bundestaggesetz. CDU und CSU spalten die Gesellschaft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 10.11.2022 hat der Bundestag das Bürgergeld zum 01.01.2023 beschlossen. Prompt kam die Retourkutsche von der CDU und CSU. Sie wollen dieses Gesetz im Bundesrat blockieren und den Vermittlungsausschuss anrufen. Damit dürfte klar sein, dass das Bürgergeldgesetz zum 01.01.2023 nicht kommen kann. Ich sage ein Stück aus dem Tollhaus. CDU und CSU spalten mit ihrer antiquierten Auffassung zum Thema Bürgergeld und den sogenannten Sanktionen und Fehrenreizen. Hier ganz offensichtlich die Gesellschaft. Millionen Menschen, die auf das höhere Bürgergeld, auf die Regelsätze gewartet haben, werden bitter enttäuscht. Aus der Sicht der CDU und CSU setzt dieses Gesetz wohl angeblich Fehlanreize. Arbeiten soll sich quasi nicht mehr lohnen. Die Vermögensfreibeträge seien zu hoch. Es gibt keinen Vermittlungszwang mehr. Sanktionen würden, wenn überhaupt, viel zu spät greifen. Diese Aussagen sind nach Ansicht von führenden Sozialwissenschaftlern falsch und völlig antiquiert. Weil Arbeit sich nicht nur, liebe CDU und CSU, in Geldwert ausdrückt, sondern auch in Form einer gesetzlichen Teilhabe und persönlicher Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt also, Arbeit ist doch auch was Sinnerfüllendes. Es hat sich gerade durch die Sanktionen im Hartz-IV-Gesetz gezeigt, dass man mit diesen Sanktionen genau das Gegenteil bewirkt hat, was man eigentlich erreichen wollte. Man wollte ja viele Millionen Menschen mit den Sanktionen in Arbeit bringen. Was hat es gebracht? Gar nichts. Die meisten haben sich abgeduckt und haben einfach nicht mitgemacht. Und irgendwann mal hat das Hartz-IV-Amt, Jobcenter oder Grundsicherungsamt einfach aufgegeben. So ist die Realität. Und genau diesen Irrsinn will die CDU und CSU weiter fortführen. Das darf wirklich nicht so kommen. Meine Damen und Herren, es bleibt abzuwarten, wie dieser Streit weitergeht. Die Dummen sind nur die Menschen, die dringend auf die höheren Regelsätze angewiesen sind. Denken wir bitte auch an die entsprechenden Energiepreiserhöhungen. Gerade bei den Ärmsten in unserer Gesellschaft ist jeder Cent mehr, den sie bekommen kann, natürlich eine Wohltat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.